. . . Pfeil und Po. Und hast ihn nicht gepopst, ne? Mh? Nein, Pfeil und Po. Ehh, was kannst du haben hier? Ah, nein, ist ok, nein. Hier? Ne, ich brauche ihn nicht mehr. Hast du den Arm post? Mache ich jetzt ja. Willst du auch eine? Äh, nein, 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 lass das Metall bitte da liegen. Ich brauch das für das Schwert. Wieso? Ich denke, du hast da eins. Nein, hab ich nicht. Ich hab doch erst für dich eins gemacht. Dann nimm du das doch erstmal. Nein. Mir reicht ja die Armbrust, wenn ich auf Entfernung gehe. Nein, stopp, fass doch. Halsbarrikade. Ist hier das Metall aus dem Schrank lag rausgeholt? Ja, das hab ich schon in den Ofen rein. So, da will ich schon mal... Was brauch ich noch? Leder? Oh Gott. Wie kann ich herstellen? 22 Stück. Ah, stopp. Wir brauchen Leder. Wir brauchen Leder. Hier läuft ein Triceratops rum. So, ganz nah vor der Basis. Ja, ich weiß. Ja, aber wenn ich auf den schieße, wird der aggro, ne? Ich weiß, deswegen... Lieber nicht an der Basis. Also, der sieht den Triceratops nicht als Gefahr an, ne? Okay. Ist auch komisch, oder? Na gut, ich werd ähm... Ich werd am Wald jetzt sowieso die Barrikaden anstellen. Also, ich guck zumindest, dass die hinter den Bäumen dann stehen, ne? Wir sind doch Level 15. Ich weiß nicht, oder? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Das ist ein großer Fisch, auch der ist weiter weg. Das wissen wir jetzt noch, wenn hier ein Abonemes rumläuft, weil du kannst schneller zurücklaufen, wie der dir hinterher kommt. Hallo Reiner, Servus. Hallo. Wie geht's? Brauchst du noch ein Dodo? Nö, lass mal. Okay, Dodo. Wie geht's? Wie geht es dir? Vielleicht fertig geworden mit dem Austragen? Und nichts anderes noch da in der Nähe. So. Perfekt. Da ist es. Da ist es gut. So, die Piggy. Wasserglas. Fetzter Raum. Krass. Feuerstille. Ah, hab's... War's dann nochmal windig gewesen oder ging's? Ach so, ja. Vielleicht wirklich. So. Es ist wieder hell draußen oder noch dunkel? Es wird hell. Soll ich irgendwas von Rohstoffen auf den Weg zurück mitbringen? Soll ich eh dran vorbeilaufen? Ja. Ja. Soll ich eh dran vorbeilaufen? Okay. Also der Retreat Zarathops wird mir jetzt nicht gleich in den Weg kommen, ne? Ja. Soll ich. So. Ach komm schon. Ja endlich. Schwert her. Hast du dein Schwert jetzt? Ja. Ich baue da gleich noch die Armbrust. Ja. Ja. Das kann man auch so tun. ich kann dann wo ist er denn jetzt? da ist er in der wand so, das Metall schmeiße ich gleich in den Ofen, was ich gesammelt habe sag mal, ich habe hier voll die helligkeitsprobleme was ist denn? das ist echt weit was ist denn das wichtig? das ist echt so, das ist ja scheiße kalt ohne Ende, was? ja, kalt ist, das stimmt drück mal H du bist verletzt da ist die scheiß Kälte ah, gut, dann gucken wir mal was ach, da muss ich an alle was bräuchte lederfaser und der Kühlsticker ich verliere jetzt auf ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? dann checkt mal meinen Partner ab instam gaming gleiche Spiele für faire Preise link unten in der Beschreibung hier ist doch ja, alles gut Rainer, klar kein Denk das läuft, dann kommen wir mal die hellzen Feuer wir haben es minus 17 Grad draußen jetzt weißt du, warum dir kalt ist jetzt weißt du, warum dir kalt ist wir sollten mal gucken das war auf Stein Umbau dass die Wärme ein bisschen besser hier drin bleibt ja, ich fang dann sofort an wenn das fertig ist 15 ich fang dann scheiße hast du gesehen, ich hab was anderes an hast du jetzt nen Pelz gemacht? ah, Rüstung Schettinrüster ah, gut deine die hat gegen ja gut, die ist ein bisschen schlechter gegen Unterkühlung aber die ist so vom Rüstwert her besser weil Haare und Pelz haben wir ja nicht, ne? mhm aber die Schere haben wir noch nicht 10 Grad 10 Grad ja, warte was baust du jetzt? noch was, was werden wir produziert? Habe ich nach der 5 da 食 80 und reated Das ist es... Sterbelsimulator-Archiv Ach guck mal, da ist Speedy Ah, Junge, Junge Oh, es wird wärmer Die Kälte ist weg Na ja, jetzt ist es minus 6 Na ja, aber das Ding ist weg Das Kälte-Sumbole, jetzt geht die Lebensenergie auch wieder auf Ich fang sofort an Steine zu bauen Ach, das ist ja so ernst Minus 2 Okay, ich leck los Aber... Draußen Ah, okay Wenn du dich schneller heilen willst, musst du was essen Ja, hab ich grad Der Durchweg bis zur Folguskanzessen Stein, Stroh, Holz, Fasern Stein von Damend 20 Eine davon, eine davon 20 20 Hier wackelt was gewaltig 20 30 Malzert 20 Hattest du die Armbrust jetzt schon gebaut, oder? Nein, nein, nicht Okay Ich... sonst bräuchte... die... Ich geh in ein paar Steine fahren Ich geh in ein paar Steine fahren Mhm Oh ja Äh... Jetzt gibt's erstmal... Jede Menge... Was haben wir denn an? Nintendo... April Newsletter ist da Geil Muss man später mal durchgucken Schon krass Also ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Auswirkung hat Das... Das frieren... Äh... So Ich denke mal, dass das Metall zwar besser ist, aber... Eher So... So... Die Wacht. Das ist ein Lüfterspiel. Lüfterspiel. Lüfterspiel gegen ein Dolphi. Ab, bleibt das her. Lüfterspiel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020